Das Hotel Luna liegt in Goldstrand in Norden-Warner. 44% der Gäste empfehlen das Hotel weiter. Vergeben wurden von den 192 bewertenden durchschnittlich 3,5 von 6 Sonnen. Dies deutet darauf hin, dass es an einigen Stellen noch Verbesserungspotenzial bei dem Hotel gibt. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel befindet sich in einer guten Lage. Dabei können die Einkaufsmöglichkeiten, Strandnähe, Verkehrsanbindung und Ausgehmöglichkeiten eine Rolle spielen. Durchschnittlich werden 4,8 von 6 Sonnen für den Standort des Hotels vergeben. Zimmer. Akzeptable 3,6 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Hotel allgemein. In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,3 von 6 Sonnen. Gastronomie. Es sind zwar keine Sterneköche am Werk, aber für eine solide Wertung von 3,3 von 6 Sonnen hat es gereicht. Service. Der Service des Hotels ist akzeptabel und wird mit 3,2 von 6 Sonnen bewertet. Sport und Unterhaltungsprogramme. Das Unterhaltungs- und Sportprogramm empfinden die Gäste als akzeptabel und vergeben. Hierfür 3,2 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um mehrere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.